Hallo Leute, mein Name ist herrpass12f73 und ich begrüße euch zur zweiten Folge des Minecraft PvP-Projektes. Wieder dabei ist der Shaded Link, der nun auch seine Perspektive aufnehmen wird, wenn es bei ihm denn funktioniert. Ja, wir hatten gerade einen kleinen Fehlstart und zwar funktioniert bei Link Minecraft gerade nicht so wirklich, weswegen ich auch gerade alleine bin. Und ich hoffe einfach mal, dass uns niemand gefunden hat. Da ist Link. Link, du musst 20 Sekunden warten, bis du dich bewegen darfst. Ja, ich meine auch. Dann übrigens auch. Ähm, Pastor, siehst du auch diesen Creeper da vorne? Ja, der sieht auch mich. Also nicht vergessen, du wirst ein paar Sekunden später als ich ge-gekickt, also... Ähm, Fragen. Ich hole uns hier oben wieder ein bisschen Eisen. Einfach nicht sterben. Ja, ich laufe zickzack auf. Okay, ich habe wieder sechs Eisen. Okay, Spanett ist tot und hat sogar zwei Pfeile gedroppt. Okay, gut. Äh... Wir sind auch die einzigen Aufwuchspürger, aber völlig. Äh, da oben ist noch mehr Eisen. Das hole ich mal schnell. Ja, das soll ich jetzt, äh, abbauen. Entschuldigung, ich habe gerade die zweite Hand komplett vergessen und habe mich gefragt, wo meine Fuck-Kinds sind. Ja, das ist halt, ist halt die Umgewöhnung, wenn man normalerweise nur sowas wie 1.8 oder so spielt. Oh, fuck, 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 fuck. Link, nicht sterben. Nicht sterben. Ja? Wenn du stirbst, ne? Ja, Haus. Irgendwie ist Minecraft bei mir gerade super langsam. Ich hoffe mal, dass die Aufnahme nicht laggt. Also, falls es laggen sollte, tut's mir leid. Ähm, falls ihr euch gewundert habt, dass in der ersten Folge andauernd dieser Schriftzug kam von, wie hieß es, Movita? Nee. Doch. Movita? War das richtig? Äh, das liegt daran, dass wenn man Videos mit Movita konvertiert, kommt alle 10 Sekunden ein großer Schriftzug im Bildschirm, was ich nicht wusste. Ähm, ich bin mal ein bisschen weiter in die Höhle gegangen und tue ein bisschen Eisen einsammeln, was hier rumliegt. Ja, und ich schmerz jetzt unser Eisen, was ich noch hier hab. Ja, hier ist relativ viel Eisen sogar. Also, bauen wir am besten ein bisschen Kohle noch ab. Ich hab noch Kohle. Äh, was wir am besten auch machen sollten, wäre nach draußen gehen und noch ein bisschen Essen sammeln dann. Aber ich würde sagen, wir holen uns erstmal volles Eisen equip. Ja. Kannst mir vielleicht ein bisschen Koppelsohn abgeben, dass ich was zu bauen habe? Äh, ja, Moment. Ich hab nur 20. Und nach dem Essen dann Stripmine. Wo bist du? Komm gerade wieder. Noch zu Eisenblöcke. Oh, es ist hier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Um so viele. Ich hab mal alle meine Eisenärzte in einen Ofen. Danke. Okay. Ich teils auf. Ich brauch noch ein bisschen. Nicht Koppelsohn. Kohle. Das Gute ist, wir müssen nicht aufpassen, da wir als einzig auf dem Server sind. Aufpassen müssen wir schon gegen Mobs. Ah. Ich meine, das Schlimmste wäre jetzt, wenn wir hier einfach rumstehen und dann von hinten sich ein Creeper anschleicht. Ja. Aber wem passiert denn schon sowas? Mehr als genug, Leute. Vertraue mir. Ähm, so, so. Noch eine Steinspitzacke für mich? Ähm, Link. Hier. Jetzt will nur noch Schuhe. Oh. Hey, komm. Du hast hier gerade einen Creeper erwähnt. Oh, Gott. Das will nicht. Ich dachte, er steht genau hinter mir. Nein. Du hast gerade nicht ernsthaft davon getroffen, oder? Ich hab auch keinen Schaden genommen davon. Aber wie ist das so aus? Ähm, was wären dir noch Schuhe, ne? Ja. Fahre ich mal kurz hier weiter in die Höhle. Ich würde ja vielleicht auch einen Spitzhacken haben. Ähm, komm mal her. Wo bist du? Never mind. Hier. Hier, hier. So, alles ist geschmolzen, was wir haben. Äh, ich schau kurz. Jo. Erste Mal. Na, da warst du es in ein Ofen. Zwei Ofen. Ah, wie viel Holz hast du noch, Link? Was? Wie viel Holz hast du noch? Ach, dreißig. Äh, gib mir mal bitte drei. Ja, fast die Hälfte Mal. Ich hab hier nämlich noch was für dich. Ich wollte ja schon fragen, wie kraftet man nochmal den Schild. Äh, das ist ganz einfach. Du baust... Warte, ich zeig dir das mal kurz am Boden. Du baust in dieser Formation hier das Holz an und baust dann hier oben in die Mitte ein Eisen. Ähm, einfach nach oben bauen oder zurücklauf? Da, wo wir herkamen einfach. Nimm mal die Fackel wieder mit. Aber wir sind von unten, wir haben ja, ja, haben uns von unten hochgegraben, ja. Fackern sind wirklich gut. Man, von hier kommen wir gar nicht, oder? Ja, hab ich doch, meinte ich ja. Hä? Aber wir könnten uns hier ja nach oben bauen dann. Ja, lass einfach nach oben bauen. Hast du noch irgendein Ding? Haltbarkeit auf deine Spitzhacke? Ja, über die Hälfte. Hab ich noch. Und dann baue ich jetzt hier wieder zu. Ich würde doch sagen, dass wir uns direkt eine neue Höhle suchen. Ja, ich schaue kurz, wie hoch bist du? Einfach damit ich direkt hier nach die erste Folge hochladen kann. Oh, da haben wir... Oh. Äh, oh, Mops. Ich werde noch... Ich werde noch... Oh. Ich werde noch kurz um das Skelett. Was ein Eisenschwert benutzt ist. Find uns. Wie viel? Ich habe nicht geschildet. Passt mal. Wie viel Schaden hast du genommen? Hallo? Antwort? Wart kurz. Wie viel Essen hast du eigentlich noch? Pass auf, Creeper. Ich hole mir direkt die Spinne. Da ist noch ein Creeper. Ja. Ich hätte gerade kurz eingeladen. Geht drauf. Hol das Eisenschwert. Oh, ein Faden noch. Dann habe ich einen Bogen. Was auch da ist Lava? Hm. Folgen. Folgen. Beantworte mal meine Frage. Wie viel Essen hast du noch? Genügend. Okay, ich habe genug für den Bogen. Oh, was auch hinter dir ist auch noch ein Tick. Klett. Da und. Ich block seine... So viele Skelette. Ja, aber gleich ist Tag. Wie viel Leben hast du noch? Äh, noch genug. Noch? Noch genug. Nee, ich meine, wo noch das Skelette ist. Noch gerade eins. Habs. Okay. Vergiss aber nicht, die Pfeile mal einzusammeln. Die Pfeile vom Skeletten kann man nicht einsammeln, die sie schießen. Die droppen, die sie droppen. Die droppen nicht immer Pfeile. Die droppen auch ab und zu nur Knochen. Also, ich glaube, hier ist der Knochen. Äh, warte mal kurz. Ich will den Bogen craften. Ja. Warte, die Zone hat sich ja bereits verkleinert, fällt mir gerade auf. Ja. Äh, aber wie viele Blöcke eigentlich pro Tod? Fange ich mich auch gerade, weil wir sind ziemlich nah an der Zone. Dann ist es gut, dass wir jetzt weggegangen sind. Ja. Ich weiß noch, Zombie ist ja da bis in irgendeinem... Ja, Varro 3. Varro 3, da gab es die unnötigsten Tode, ey. Aufnahmezeit von fast so 5 Minuten. Na, du hast ja ein paar Sekunden länger. Wir müssen weiter, wir müssen nicht hier weg. Komm einfach mit, wir laufen. Ja. Am liebsten Hühner und Kühe. Guck mal, hier sind zum Beispiel ein paar Schafe. Äh, Schweine. Schweine. Ja. Die wurden bereits geschoren, deswegen sehen die so komisch aus. Du? Hm? Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, für Federn sind die sehr gut. Ähm, hier waren zumindest eins. Hier waren drei, um genau zu sein. Ah, hier ist doch eins. Link, du läufst gerade wieder zurück. Ja, war hier noch nur. Wir haben nur noch ein Drittel unserer Zeit, also wir müssten laufen. Ja. Mächtig sein, die Zeit ist viel zu knapp, wie ich jetzt. Ne, ne, 15 Minuten sind eigentlich ganz in Ordnung, aber... Äh... Warte, vielleicht sollten wir noch ein bisschen Wolle für ein Bett mitnehmen. Wieso, wir brauchen kein Bett. Wenn wir sterben, sind wir tot. Ich meine, falls wir so alleine sind jetzt. Ach, dass wir in die Nacht überspringen können. Ja, stimmt. Warte, sehe dich gerade nicht. Ja, ich bin noch hier, ich bin noch hier. Ich schlach dir gerade Schweine. Wir sind sogar noch mehr wieder. Geh denn du das holen? Wie viele Federn hast du? Warte, bin auch gut. Ja, dieses Schwein. Oh nein, jetzt habe ich gerade das Schweinefleisch weggeschmissen. Ich habe vier Federn und drei... Oh Gott, Entschuldigung, ich habe gerade... Das ist mir noch nie passiert, dass ich eine Aufnahme geröpst habe. Upsi. Ah, es ist sogar vorhin die Feuer auf. Oh, wir müssen schnell machen, einfach laufen jetzt. Oh, das ist nicht gut, dass du diese Probleme hattest am Anfang. Ja, mit dem Einsteigen. Da hinten ist eine Höhle, soll wieder rein? Ja, einfach hier rein. Am Ende ist hier jemand. Okay, wir gehen in den anderen Strip, meine Gang. Später, was aufs... Ja, nur gerade sagen, was aufs ist, es sieht nach einer Schlucht aus. Wir könnten hier an der Seite ins Wasser springen. Ja, aber... Das Problem ist, da unten sind... Ja, ein Skelett und ein Zombie. Warte, hier. Ich muss ein Blockupdate machen. Äh, vergiss nicht, dass du... F3 und A zum Beispiel nicht spammen darfst. Warum F3 und A? Weil du damit Chunks reloaden kannst. Achso, ja. Hier ist noch ein bisschen Eisen, das braucht auf jeden Fall für den Amboss. Ja, ich tue gerade schielen gegen das Skelett. Äh, warte, ich komm gleich. Wie ist jetzt, Skelett? Hallo? Ich hab gerade sogar den Pfeil reflektiert. Ich find's interessant, wie defensiv die meisten Teilnehmer tatsächlich spielen. Ich dachte, dass sie ein bisschen offensiver rangehen. Aber vielleicht ist es auch das Kampfsystem, was die meisten Leute so ein bisschen abschreckt. Ja. Oh, da ist gerade ein Zombie runtergesprungen. Und der traut sich nicht weiter wegen der Lava. Ich darf fast wegen der Lava. Doch mal Eisen. Oh, sollen wir hinter uns? Darum musst du mal Eisen, ich hol sie mir. Ah, ich hab mir das Eisen hier. Wo, hast du noch eine Steinsspitzhack? Nicht schnell. Äh, du kannst meine haben, die ist allerdings schon halb kaputt. Oder ich mach schnell zwei Eisenspitzhacken. Ja. Bitteschön. Danke. Und zwar mal hier. Bitteschön. Schön. Baut mal die Wagen. Sollten wir vielleicht schon mal eine halbe Minute ist, dann warum wir es von die Wand halten. Ganz schön. Hm, warte mal, ich hab nie den. Ich will dir für euch zu ruf, jetzt wird es sich Dias. Nicht auf der Höhe. Dann würde ich mir Sorgen um die Map machen. Okay, wir bauen uns in die Wand. Noch nicht, noch nicht. Wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Vor allem du hast noch Zeit. Du hast eine Minute länger als ich. Also würde ich sagen. Okay, 50 Sekunden. Oh, machen wir uns vielleicht schon mal ein paar Eimer. Äh, Link, ich hab mich jetzt eingebaut hier. Du siehst ja, wo ich bin, ne? Ähm, ja. So, ich werde jetzt die Aufnahme... Ich werde jetzt die... Ich hab schon alles abgebaut, was ich hatte. Ähm... Stimmt, die Öfen hab ich benutzt, um das Wasser wegzumachen. Jedenfalls, ich werde jetzt noch so lange hier warten und Aufnahme anlassen, bis Link gekickt wurde. Und dann war's das schon mit der zweiten Folge. Wir sind voll Iron. Haben uns ein bisschen Essen geholt. Ähm, jetzt sind ein paar viele Zombies. Baut dich einfach in die Granitwand. Ähm, jedenfalls... Ja, was gibt's groß zu sagen? Wir freuen uns natürlich, dass ihr euch die Folge angeguckt habt. Ich hoffe... Ich hab's eingebaut, noch facke schnell. Ich hoffe, dass ich diese Folge nicht konvertieren muss. Und ich wünsche euch viel Spaß. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch, euer Herr Pastor.